Der häufig verwendete Begriff der autonomen Produktion ist irreführend. Denn es geht nicht um die menschenleere Produktion, wie man sie vom autonomen Fahren vielleicht übertragen würde, sondern es geht darum, den Menschen optimal zu unterstützen, dass er autonom in der Produktion arbeiten kann und deswegen mehr um die Struktur der Produktion. Um dies klarzumachen, haben wir diesen neuen Begriff Production Level 4 definiert.